Hallo Leute, es sind Ferien, alle machen Blaubahn, Flensburg bis nach Oberammergau, denn es sind Ferien und mit viel Tamtam und Information steigt wieder unser Ferienprogramm, unser Ferienprogramm. Hallo, herzlich willkommen zum zweiten Tag des Ferienprogramms für Kinder. Hat geklappt, wir haben es extra geprobt, wir wollten was zusammen machen. Jetzt geht's einzeln weiter, wir begrüßen auch recht herzlich die Gäste hier im Studio, Kinder aus Garching. Unsere musikalischen Gäste kommen heute aus München, es ist eine Vokalgruppe und sie heißen The Cats. Außerdem ist am Dienstag das Fliegen dran, der Flugkapitän Hermann Terjung ist dabei und wird uns etwas über Segelfliegen erzählen. Ihr seid so gut mit dem Applaus heute, das ist der Wahnsinn. Kaum wollte ich was sagen, aber ihr habt mit Sicherheit schon gesehen, unser Studio hat sich ein bisschen verändert. Wir sind heute am ersten Tag drin, guckt euch mal ein bisschen um. Die ganze Nacht haben wir tapiziert und so. Ist toll geworden, nicht? Telefonnummer haben wir auch eine neue. Eine neue? Für all diejenigen, die Lust haben zu meckern oder auch zu loben, wir freuen uns natürlich besonders über Lob, ihr könnt anrufen. Wir haben vier Telefone, allerdings nur eine Telefonnummer. Hoffentlich kommt ihr durch, dort steht die Telefonnummer 089 91 90 90. Vier junge, hübsche Mädchen werden euch dann alle Fragen beantworten. Die werden immer hübscher, ich halte sie nicht aus. Aber jetzt, bevor es hier im Studio richtig losgeht, zeigen wir euch zwei Filme. Der erste kommt aus der Zeichentrickfilmserie Pinocchio und heißt das Große und das Kleine 1x1.